Mein Name ist Thorsten Schönfeld und ich bin seit 1993 Solo-Pocker der Staatskapelle Berlin. Ich habe mit zehn Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen, weil ich in eine Band wollte. In einem Orchester hat man die Möglichkeit, mittendrin zu sein in von Genies der Musikgeschichte komponierten Werken. Unser Ziel als Elite-Musiker ist es, das Publikum zu begeistern. Ich würde mich sehr einsam fühlen, ohne Musik.